Ja hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von DriveClub, danke dass ihr wieder eingeschaltet habt und gleich mal vorneweg, ich glaube die Server sind down, ich kann nicht auf die Server, auf gar nichts zugreifen also ich bin mit in definitiven, die Netzwerkverbindung besteht, ich habe es eben getestet aber es geht nicht, keine Ahnung warum ja, deswegen machen wir uns mal, Multiplore geht natürlich nicht Multiplore machen wir uns jetzt mal die Tour fort, um einfach noch ein paar Skills wiederzubekommen das wurde ja auch gesagt, dass ich das machen sollte nehmen wir den Beatle, ich weiß, es ist kein Mini ja ich bin doch schon Club Stufe 1, das nervt mich doch jetzt gerade das nervt mich gerade gut, ich wollte heute eigentlich ein bisschen mehr aufnehmen, aber ich denke mal dann werden wir nur 1-2 Folgen machen, einfach um so ein bisschen ähm, meine Skills zu verbessern und eure Tipps mal ein bisschen umzusetzen und dann schaue ich mal morgen, ob das morgen wieder geht ich denke mal, dass das Spiel morgen rauskommt, übermorgen rauskommt wird jetzt, dass schon einige sich geholt haben und dann werden die Server ein bisschen überlastet sein gut ja gut, einige Daten können eventuell, okay ja, das nervt gerade ein bisschen okay, man meinte, als Tipp meinte man, ich soll auf die grünen Fahnen achten die zeigen mir an, auf der Seite, wo die ups, jetzt habe ich natürlich zu viel geachtet uch, da, der Schildaufsteller muss da mal wieder hin ähm, ich soll auf die Fahnen links und rechts achten äh, grün bedeutet leichte Kurve, rot bedeutet schweren Kurve und auf der Seite, wo sie stehen, in die andere Richtung geht die Kurve jetzt hier ups ups, da vorne kommt der schöne Kurve ah, hab ich wieder zu spät gebremst ist gerade wirklich auf die und jetzt probieren wir erstmal da vorne ja, das ist schade ich wollte eigentlich heute ein bisschen was spielen damit ich ein bisschen was veröffentlichen kann also damit ich auch meine Skills vor allen Dingen aber irgendwie passiert hier gar nichts na, das war zu früh gebremst na, die 56 schaffe ich leider auch nicht machen wir mal noch eine Runde schauen, dass ich wenigstens eine Aufgabe schaffe oh, da ist ein anderer Fahrer aufwendig ich zu mir bin ja, auch danke für die Hinweise, dass ich mein, äh Lenkrad, was ich mir eigentlich bestellt habe gar nicht benutzen kann das wusste ich nämlich auch nicht dass die PS3-Lenkräder von Logitech nicht mit der PS4 kompatibel sind super, geil, finde ich gut oh, ich, ich ich labere immer zu viel konzentriere ich mich nicht aufs Fahren das ist übrigens auch lustig ich finde, einige sagen, ich labere zu viel die nächsten sagen, ich labere zu wenig aha, was soll ich machen ah, ich hab zu spät gebremst ich weiß aber hey, 5 Sekunden schneller als vorhin auch eine Mauer kann gut bremsen das war zu früh und Gas geben ja, das hätte man bestimmt noch schneller hinkriegen können gut, welche Zeit schafft man, welche Zeit schafft man 46 schafft man nicht, aber die 50 schafft man die 50 schafft man auch nicht aber die 156 schafft man komm, 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 komm gut, das kriegen wir nochmal besser hin also mittlerweile danke auch übrigens wirklich dass ihr mich dazu gezwungen habt also ein, zwei Leute wirklich mit positiver Kritik bezogen haben ich soll die ich darf nicht so viel labern ich soll die Cockpit-Ansicht nehmen ah, fuck, jetzt hab ich mich verbremst also bremsen sind aber auch echt ein bisschen ich soll mit der Cockpit-Ansicht fahren das macht echt tierisch-Scouti da war eigentlich nur noch eine Cockpit-Ansicht nee, das war die was haltet ihr denn davon? so einer, der dann direkt am Lenkrad sitzt ah, nee, das geht gar nicht sorry okay wird einem ja schlecht ah, die Runde wird nicht so gut ah, sag's doch nee, gut das lassen wir mal wir schauen mal, was wir noch so machen können äh Fallstellung abschließen es macht gerade echt keinen Spaß wenn der Server down ist oder was auch immer dass ich keine Verbindung kriege dann werde ich auch nur die eine Folge machen warte mal können wir jetzt jedes Rennen fahren naja, obwohl das macht auch keinen Spaß weiter die ganzen Aufgaben von den äh guck mal Volkswagen-Serie aber dann kann ich ja nur mit meinem äh Beetle fahren das ist kein Mini ich weiß macht echt keinen Spaß gerade oh, was haben wir denn da ist der Mini übrigens mal am Rande das ist der Mini also ich hab auch ein Mini Norwegian Open bis zumesthat denn wir können ja gut dann werden wir eben nur die eine Folge machen und dann werde ich eben noch ein bisschen Alien spielen Kommentare von den Leuten, die mir da gesagt haben, ja, das sieht genauso aus. Oder es ist kom... Ah, ich laber schon wieder zu viel. Ey. Das ist auch wieder so eine extrem aggressive KI. Ja, bumm. Und das nächste. Und ich krieg wieder Strafe. Der kollidiert mit mir und bumm. Und schon wieder. Und ich krieg... Der fährt mir hinten rein. Das ist extrem kacke. So was? Ah. Oh, wer auffährt, hat Schuld. Ich hab eh schon null Punkte. Entschuldigung. Komm, slide. Komm, komm, komm. Ich krieg's nicht hin, dass man dem trifft. Ja, fahr mir rein und zieht, dass mir wieder die Punkte abgezogen werden. Ey, mein, wenn ich irgendwo reinknalle, das ist ja vollkommen in Ordnung. Bremsen. Bremsen. Boah, der schlittert sofort. Ähm, das ist ja vollkommen in Ordnung, dass ich, wenn ich irgendwo reinknalle, dass ich Schuld kriege. Aber nicht, wenn die mir reinknallen. Das seh ich nicht ein. So, der wird mich jetzt gleich wieder hinten anditschen. Ja, der hat Ditschen gesagt. Ich komm aus dem Osten, sorry. Ah, ist hier so spät gebremst, ich weiß. Ich bin gerade gefahren und er lenkt drüber. Das deprimiert ein bisschen. Okay, das war ja ein schöner Trift. Gab sie leider keine Punkte dafür. Oh, der stellt sofort quer. Wow, 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 wow. Alter, Schwede. Ah, das hab ich verpennt. Ich wollte eben gerade wieder triften, aber wird nix. Lass mal das. Willen wir es gar nicht mehr erst. Lass mal das. Lass mal das. Das war's. Es ist für mich als Neuling 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 Es wird die Überlemmer Das Spiel bestraft einen auch wirklich sofort. Deswegen muss ich das hier noch mitnehmen. Ah, ganz knapp. Ja, man merkt gerade, ich habe gerade wirklich keine Lust. Ja, komm. Jetzt würde ich das Auto umtrennen und einfach mal verkehrt rumfahren. Schade. Ich hatte mich eigentlich echt drauf gefreut, ein bisschen was aufzunehmen. Gerade so ein paar Club-Herausforderungen. Ach, wieder die Mauer da. Können wir mal ein bisschen was auf dem Construction Derby machen. Destruction Derby. Habe ich mal ganz, ganz früh auf der PS1 mal gezockt, Destruction Derby. Ah, das hat so fun gemacht. Na komm, Ziel. Machen wir mal vor der Platz. Ja, mein Lieben. Schade. Ich fange mich immer noch mal, ob ich eine Frau spiele. Ja, es tut mir leid. Wie gesagt, ich wollte eigentlich gerne noch ein bisschen was aufnehmen, aber ein bisschen was zeigen. Naja, wenigstens ist eine Stufe höher. Was haben wir da? CLA 45 AMG. Okay, nice. Hm. Gut, die haben wir alle schon. Die haben wir schon. Ja, mein Lieben. Okay, Trophy. Na gut, lass mal. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Ich würde gerne wirklich mehr machen, aber ihr seht selber, es ist einfach ein Fehler. Deine Verbindung wurde unterbrochen. Bitte probiere Netzverbindung. So was hat Netzverbindung besteht, aber das ist ja das Problem. Gut, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Vielleicht, wenn es uns gelingt, das wieder hinzukriegen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es mir auch in die Kommentare. Bis dann. Ciao, euer Sascha.